Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. So, Freunde, willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir sind hier beim Weidelern noch, aber jetzt machen wir uns auf den Weg. Wir haben ja vom Baron, ähm, haben wir ja den Pass bekommen, dass wir jetzt über die Brücke kommen. Dass wir nach Ochsen, wie hieß das, Ochsenfurt, Ochsenfurt, ach, diese Stadt da halt, dass wir da reinkommen. Und genau da werden wir jetzt mal hingehen. So, hier können wir irgendwo schnell reisen, genau. Hier können wir schnell reisen. Wir haben zwei... Was ist das mit dem Pass? Was haben wir denn hier noch? Okay, wir haben jetzt zwei Sachen. Ähm, aber das war hier. Hier war das, wo wir zuerst jetzt mal hingehen. Also, da hin. Sollte auf jeden Fall so gewesen sein. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch. Wir werden sehen. Ja, jetzt noch, ja genau, hier sind wir. Wir erholen jetzt nicht das Pferd, für das machen wir jetzt mal so. Gehen wir mal einfach so. Ich wollte es gerade schon sagen, jetzt kriegt der hier die Tür nicht auf, oder was? Oh, ein Reh. Ja, wenn ein Passierschein. Geh mir aus dem Weg. Ich hab' einen Froschimals, auch gut. Hab' ich mal, danke. Komm schon. Kein Durchgang! Halt! Du brauchst deinen Passierschein, wenn du rüber willst. Ich weiß, ja. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Hm? Hm, da fehlt ein Siegel. Das Rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Dankeschön. Huiuiuiui. Du kannst passieren. Vielen Dank auch. Jetzt haben wir schon wieder den falschen Rest hier. Huch. Ich will doch gleich nach Novigrad. Die Rückkehr in den Buckel zum Fass auch nicht. Wo waren das jetzt? Das hier. Chris? Nee, auch nicht. Ach, herrje. Huch, nee. Ex-Aufträge? Ex-Aufträge war es doch auch nicht. Warte mal. Klingt aus dem Sumpf ja auch noch was anderes. Ist das jetzt blöd? Uah. Das ist mit dem Troll. Das ist gewinnt. Das ist gewinnt. Das können wir noch nicht machen. Das ist mit dem Sumpf. Nee. Das sind Pferderennen. Okay. Das ist gewinnt. Was giltig? Nee. Triss auch nicht. In Novigrad befindet er. Dazu müssten... Wenden mal. Das letzte, was wir hier abgeschlossen haben. Ja. Ach Gott, sie sind doch alle durcheinander. Was ist hier? Das haben wir. Aber du kannst nicht vorbei. Ja gut, warte mal. Was haben wir denn das niedrigste Level hier. Das ist 8. Ja, machen wir auch das. Das hier ist 9. Ja, machen wir das hier jetzt mal. Aber guck mal, jetzt gehen wir direkt wieder. Sorry. Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenkluft. Ja, ja, schon klar. Ja gut. Das war so jetzt nicht... Was soll das denn? Lang lebe Radu, Witt. Hm. Muss nicht sein. Das musst du nicht sein. Na gut. Zack. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versolgen. Die Männer des Barons machen gar nichts. So sieht es nämlich aus. Na, wo muss ich denn jetzt hin? Da unten. Niem. Da. Sind wir wieder hier? Wie wär's mit nem Kug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Wie viel Geld haben wir denn? Oh, der spielt sogar gewinnt. Aber lass mal gucken, wie viel Geld haben wir. 126... Der hat Gewinnkarten. 10. 136... 50... 100. Was ist das denn? Mehr Kapazität. Können wir das so vergleichen? Das ist ja mehr Kapazität. Aber im Moment haben wir mit der Kapazität noch keine Probleme. Da ein... Faktion Kaiserliche Nilfgaard. Ist das alles? Ja... Ich glaube, wir kaufen uns erstmal die teure... Die hier? Ach komm, wir kaufen uns alle. So, jetzt haben wir noch 20... Äh, 26. Und dann wollen wir mal gucken. Ich will mit dir Karten spielen. Wind genauer gesagt. Ja, sonst spielt hier auch nichts, ne? Ah ja, wir haben hier eine neue Karte. Okay, das andere, was ich hier jetzt hier hatte, war das hier. Lass uns mal kurz gucken, was soll ich hier so viele Karten haben. Wir können hier mal ein Deck zusammenstellen. Können wir uns das mal... Na, da haben wir noch nicht genug Karten von. Ne, reicht noch nicht. Na gut. Monster? Aber ist jetzt nur dessen guter... Scoia Tell? Haben wir auch noch nicht. Dann spielen wir erstmal hier weiter. Los. Ah, okay, er spielt auch mit denen. Das heißt, da kriegen wir da eine Karte. Wir haben drei Finden. Eine Finte weg. Kommt immer zwei Finden weg. Eine reicht. Das ist ganz gut. Das hier ist gut. Dann können wir uns ja eine wiederholen. Wir haben leider keinen Spion dabei. Okay. Und das ist auch ganz gut. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem hier an. Nein. Irgendwann bräuchten wir mal noch eine zweite. So, ich passe jetzt mal. Mal gucken, was passiert. Zack. Wir haben 26. Der hat 14. Wir haben noch sechs Karten. Mal gucken, was er macht. Das wird nicht reichen. Okay, jetzt haben wir sogar 27. Junge, das bringt dir nichts, wenn du so weiterspielst. Da kriegst du zwar wieder Karten, aber du wirst uns trotzdem nicht einen holen. Jetzt hat er uns überholt, aber er hat nur noch vier Karten. Hier hat er irgendwo einen Einser hier. Schwupp. für super ja passt okay wartet mal ich riskiere jetzt mal was so 7 hat der wenn wir den hier legen hat der 11 wir haben neun da kriegen wir zwei karten oder wie viele karten kann ich sehen der hat noch drei karten lasst mich mal kurz überlegen da kommen wir probieren das mal jetzt hat er elf wir kriegen aber wieder zwei karten dazu na gut dann nehmen wir den hier aber 14 dann haben wir gewonnen so und jetzt haben wir eigentlich ganz gute karten noch und das müssten wir noch eigentlich eine kriegen wegen der fähig läuft er hat nur drei karten wir haben sechs karten also eigentlich können wir das nicht verlieren außer es passiert irgendwas ganz ganz blödes mit ok kein problem wir haben ihn hier der macht das wetter weg alles kein problem mal gucken was er noch für karten hat ok gewonnen haben wir jetzt eh schon außer er hat jetzt eine 10er karte aber glaube ich nicht er passt das heißt die letzte karte die hat als eine wetter karte läuft läuft anwenden glaube wir haben gewonnen 20 karten und eine karte müssen wir kriegen gegen genauer nicht gespielt jawohl ist meid das klingt für mich nach nach einem warte mal wo kann ich meine gewinnkarten sehen warte mal wo kann ich meine karten sehen ich weiß nicht wo ich meine gewinnkarten finde wir haben drei sättel dann könnten wir einmal ein verkaufen wir sind alle ja komm verkaufen wir verkaufen wie wärs mit einem kug apfelwein zeig mir deine wagen wenn wir den überhaupt verkaufen wenn wir sogar und verkaufen war das sind satteltaschen 165 kostet 206 aber wir kriegen dafür nur 16 ach das ist doch schon wieder ein witz egal das kaufen war so gut sind es auch nicht gut lebt wohl passt erst mal so dann reden wir jetzt mit mit dir wichtig ja ich hörte ihr habt ein problem ein monster namens kreischling ja das ist hier unterwegs holt sich kühe und ziegen verschmäht aber auch menschen nicht wenn es ihnen begegnet borsoi jäger unter dem alten herrn wollte es erliegen schluss mit lustig hat er gesagt er würde dem vieh den chaos machen er nahm ein beil und legte sich hinter dem graben am rand der felder auf die lauer da fanden wir ihn seine gedärme wie spinnweben über eine baumkrone drapiert hat einen halben tag gedauert alles einzusammeln um es zu beerdigen ich weiß die zeiten sind hart aber ihr müsstet schon ein bisschen was drauflegen gut ach die zahlen schon sind über 240 wir wollen es ja nicht übertreiben das hier kann ich wohl drauflegen du willst dir deinen hals für uns riskieren ja dann machen wir es mal wird auch zeit dass ein profi sich den kreischling anschaut könnte hier jemand noch mehr über das biest wissen orseus sohn simco vielleicht er hat das mit eigenen augen gesehen aber könnte schwierig sein sich mit ihm zu unterhalten ich glaube er trauert noch verstehe wo finde ich ihn irgendwo in meinem anwesen ich habe ihn aufgenommen als er seinen vater verloren hat die mutter ist schon die mutter ist schon lange tot ja das ist dahinter also können wir reden lässt mich beruhige dich ich will nur sag ich ich will deinem vater rächen aber dazu muss ich wissen was ihn getötet hat der kreischling war's weißt du das nicht der name sagt mir nicht viel beschreibt mir das biest sagt mir wie es aussieht wie ein gockel aber riesig und mit eidechsen schwanz ich habe gehört wie unser hund im wald gebellt hat ich bin hingelaufen um nachzusehen und da war papa in den büschen mit einem loch im bauch und er stöhnte und schrie ich wollte helfen aber wie ich glaube wir beruhigen immer ruhig ruhig pass auf dich auf dann wollen wir doch mal gucken ob wir das biest hier kriegen mein mann hat doch einen tollen posten was nicht übel hat gestern einen einmal schalen mitgebracht war das ein langsamer einmal schalen dann wollen wir mal gucken ok da haben wir auch noch was das gucken wir uns dann später an erstmal gucken wir jetzt was wir hier haben eins nach dem anderen die schnauze ist blutig es hat nicht kampflos aufgegeben ok das war der hund die spur wird unregelmäßig das monster ist ins stolpern gekommen vermutlich ist es verwundet blut monster blut und es ist ein stolpern hier ist sowas ok hier lang Ja, warte mal mit. Und jetzt? Hier? Hier habe ich was. Da ist was, okay. Levelaufstieg. Mach mal das hier mal. Ja. Oh, wir haben auch einen Rogen inzwischen. Das ist ja cool. Angriff plus 20 und Zeichen. Und wir speichern. Das Geräusch kommt von da oben. Es hat sich in der Höhle versteckt und wird nicht rauskommen. Eine Bombe sollte es aufscheuchen. Eine Bombe? Eine Bombe, sagt er. Toll, fehlen die Zutaten für Bomben. Ah. Ist das im Ernst jetzt? Aber auch keine Bomben hier. Guck mal, zieh mal um. Wir haben gar keine Bombe gerade, oder? Warte mal. Tische, dann Tische, dann Tänzende und Stern. Da haben wir, glaube ich, gar nichts. Ach, da sind meine Karten. Ha, 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 ha. Okay, gut. Weiß ich das auch. Weiß nicht. Aber da war ich doch gerade gar nicht hin. Hier auch nicht. Äh, die Kartenhallen. Hier. Was brauche ich denn dafür? Kalzium? Wo kriege ich denn Kalzium her? Ach du Scheiße. Aber wir hatten doch schon mal eine Bombe. Wie haben wir das denn? Hier ist aufgefüllt. Ja, wir haben auch noch das eine Bombe wäre hier. Ups. Aber das ist doch jetzt wieder, das ist doch jetzt scheiße. Wir hatten doch hier, wo ist denn die... Ich besitze diesen Gegenstand. Hä? Bin ich das blöd? Wo ist der? Ich besitze den Gegenstand, hab ihn aber nicht, oder was? Ah. So. Okay. Damit sollte es gehen. Das müsste jetzt die Richtige sein, oder? Warte mal, lass mal doch kurz gucken. Wie heißt die hier? Samu. Samu. Samu? Samu. Jawohl. Das funktioniert. Na also. Ich wollte gerade sagen, wir hatten doch schon eine Bombe gemacht. Ich wusste gerade eher nicht mehr, wo ich, wie ich die finde. Da ist es. Da ist es. Los, lauf. Hopp, hopp, hopp. Da oben fliegt es. Ja, da oben fliegt es. Oh. Oof. Oh. Ah. Oh. Alter ist das wie stark, das sehe ich ja jetzt erst. Ich glaube ich haue mir gleich mal einen Donner rein. Aua. Müsste es also nicht getroffen. Donner, 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 what's it? So Freundchen, komm heran. Nein. Verdammt nochmal. Jetzt hat uns wieder getroffen. Wisst, da konnte ich nicht mehr ausweichen, schade. Das viel ist echt stark. Mal gucken, ob ich mir noch irgendein Öl herstellen kann, weil ich auch das schwer tun könnte. Part ist eh vorbei, sehe ich gerade. Wir gucken mal, ob wir noch ein Öl machen können. Mal gucken, wenn das klappt, wäre gut. Das ist viel stark, okay. Dann müssen wir mal aufpressen. Okay, hier ist er wieder. Lass mal gucken. Wo war es jetzt mit? Okay, die haben wir jetzt. Filter, ich brauche mal einen Filter. Alles vorhanden. Angriff gegen Bestien, jawohl. So, wo habe ich das jetzt? Hier, ne? Aber zweimal. Was ist Angriff gegen Geistern? Okay, das ist Angriff gegen Geistern. Gut, dann werden wir das gleich. Das sind 20 Ladungen, das ist ja geil. Das sind auch. Perfekt, dann werden wir das gleich mal auf unser Silberschwert packen. Wie sieht unser Silberschwert eigentlich aus? Ist ja auch schon wieder ziemlich kaputt. Na gut. Hilft ja nichts, wird schon schief gehen. Aber das machen wir noch beim nächsten Mal, Freunde. Für heute war es das. Ich sage erstmal vielen Dank und bis dahin. Ciao.